so damit geht es weiter heute ich nehme aber den ersten Martin oh, wo liegt gerade ne, wir nehmen den Mustang wir nehmen einfach den Mustang oh, ich kaufe einfach alle oh, da habe ich eh genug aber letztendlich immer den Muster naja, wir schauen wir fahren kurz in Qualifying das hat sich doch ein bisschen besser qualifizieren als irgendwo da am Arsch der Welt so 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's. Jo, jetzt fahren wir mit Abstand. Vier Runden, okay. Die Grit World Series führt uns diesmal in die brütende Hitze von Havanna. Was wird sich heute warten? Mir wurde gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. Oh, wir dürfen mal ganz, wir dürfen mal von ganz vorne fahren gehen. Viel Glück. Ich halte dich auf dem Laufenden. Das ist weit, falls ich sie kommen, ja, ja, das ist doch okay. Weiß wirklich. Zurück der Gitarre sind viele Stunden, ja. Ich bin gerade dran, ich bin gerade dran, ich bin gerade dran, ich bin gerade dran. Ich bin gerade dran. Ich bin gerade dran. Ich bin gerade dran. Das ist mir gerade dran. Ich habe schon wechseln, wechseln, wechseln. Tolle erste Runde, du bist in Führung. Tolle erste Runde, du bist in Führung. Tolle erste Runde, du bist in Führung. Du bist in Führung. Du bist in Führung. Du bist in Führung. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, gleich jetzt zum Morgen